Alarmstufe Rot. Das leitet sich nicht von Command & Conquer ab, sondern hat wirklich mit dem Text zu tun. Bevor wir aber uns anschauen werden, was sich dahinter verbirgt, möchte ich uns den Bibeltext vorlesen. Wir finden den Bibeltext in Römer Kapitel 16, Abvers 17 bis Vers 20. Wir lesen Gottes Wort. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, achtet auf die, welche Trennung und Ärgernis bewirken im Widerspruch zur Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Rede und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermahlen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Mein Lieben, im späten Mittelalter wagte ein kleiner Augustinermönch das Undenkbare. Er forderte die heilige römische Kirche und ihre raffgierigen Praktiken des Ablasshandels heraus. Denn um ihre Prachtbauten und um ihr Luxusleben zu finanzierten, beuteten sie den einfachen Mann aus. Sie sagten ihnen, kauf einen Ablassbrief und du selber oder deine Angehörigen werden aus dem Fegefeuer springen. Und dadurch klingelte es in ihren Kästen. Und diese Praktiken nahm dieser kleine Mönch also ins Visier und wollte eine Diskussion über diese Praktiken anregen, um sie dann abzuschaffen. Doch anstatt Gutes zu bewirken, weckte er den Zorn eines schlafenden Riesen. Wir könnten auch sagen, das Imperium schlug zurück. Denn am 21. Juni des Jahres 1520 erließ Papst Leo X ein Schriftstück, das unter dem Namen Bannandrohungsbulle in die Geschichte eingegangen ist. Und diese Bulle beginnt, hat nichts mit Bullen zu tun, das ist ein altes Wort für ein Schriftstück. Da heißt es folgendermaßen, erhebe dich, o Herr, und richte deine Sache. Denn Füchse haben sich erhoben, die danach trachten, den Weinberg zu zerstören. Ein wilder Eber aus dem Wald trachtet danach, ihn zu zerflügen, und ein unerhört wildes Tier frisst ihn ab. Dieser wilder Eber ist kein geringerer als der kleine Augustinermönch Martin Luther. Und dieses Schriftstück fährt fort und gibt ihm 60 Tage, um all seine Lehren zu widerrufen. Ansonsten droht ihm der Kirchenbann. Aber anstatt zu widerrufen, verbrennt Martin Luther dieses Dokument öffentlich. Und meine Lieben, an dieser Bulle ist vieles falsch. Aber gerade die Anfangsphrase, das Gebet am Anfang, finde ich sehr gut. O erhebe dich her, heißt es da, und richte deine Sache. Und diese ganze Bulle richtet sich, und gerade der Anfang richtet sich gegen Menschen, die eindringen, gegen Personen, die falsche Lehren bringen. Und diese Gefahr wird hierdurch deutlich. Und diese Gefahr, von der hier gesprochen wird und über die auch in unserem Text gesprochen wird, ist real. Es gibt diese wilden Eber tatsächlich. Auf Martin Luther traf es nicht zu. Er tat, was richtig war. Aber es gibt diese wilden Eber tatsächlich. Und deswegen, meine Lieben, gilt Alarmstufe Rot. Und wir wollen uns heute ansehen, und all das wollen wir uns heute ansehen. Und wenn ich meine Predigt zusammenfassen müsste, dann könnte man das mit folgenden Worten tun. Weil Verführung kommen wird, sei wachsam, erkenne die Verführer, wende dich von ihnen ab und bedenke ihr Ende. Und dazu habe ich uns dann drei Gliederungspunkte mitgebracht. Wie sollen wir mit Verführern umgehen? Wie sollen wir Verführer erkennen? Wie sollen wir über Verführer denken? Das sind die drei Punkte und wir starten direkt mit dem ersten. Wie sollen wir mit Verführern umgehen? Liebe Gemeinde, wenn wir in den Text schauen, müssen wir zunächst einmal die Dringlichkeit erkennen, mit der Paulus hier schreibt. Das, was er hier ansetzt zu sagen, ist keine Lappalie, kein Lückenfüller, sondern eine lebensnotwendige Lektion. Auch du musst sie hören. Sie ist wichtig, dringend und ernst. Und was Paulus hier macht, ist Parakaleo. Das ist das griechische Wort. Er schreibt, ich ermahne euch aber, Brüder, ermahnen, das ist Parakaleo. Und das Wort bedeutet wörtlich jemanden an seine Seite rufen. Und das ist ein wunderschönes Wort. Es kann ermutigen, trösten, jemanden zur Hilfe rufen meinen. Es kann aber auch Ermahnung bedeuten. Aber in allen Fällen hat es damit zu tun, dass sich jemand einen anderen zur Brust nimmt und ihm das sagt, was er jetzt gerade hören muss. Und so schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht. Gebt Acht ist im Griechischen ebenfalls ein starker Ausdruck. Und zwar Skopeo. So heißt das Wort. Ich weiß nicht, ob ich es gut ausspreche. Skopeo. Von dem Wort leiten wir unser Wort für Mikroskop oder Teleskop ab. Und Paulus sagt uns, Leute, ihr müsst genau hinsehen. Ihr müsst aufmerksam hinschauen, vorsichtig untersuchen und unermüdlich wachsam sein. Ihr sollt Skopeo genau hinschauen. Wir werden aufgerufen, jeden Augenblick unsere Augen und Ohren offen zu halten. Und wenn wir in den Text schauen, meine Lieben, dann fällt uns noch eine Sache auf. Und zwar schreibt hier Paulus nicht an besondere Menschen in der Gemeinde, sondern an jeden Einzelnen. Nun, was oder wen sollen wir beachten? Auf wen sollen wir Acht haben? Schaut in den Text. Da heißt es in Vers weiter. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernis bewirken, im Widerspruch zur Lehre, die ihr gelernt habt. Mit anderen Worten, wir sollen diejenigen kritisch beäugen, die Trennung und Ärgernis bewirken. Und zwar jeder von uns. Trennung und Spaltungen zunächst einmal sind Risse, die entstehen, wenn Beziehungen zerbrechen. Wenn Geschwister aufhören, miteinander zu reden. Wenn tiefe Beziehungen, in denen man einander die Lasten trägt, wo man segensreiche Worte abwägt, wo man sich in Liebe erträgt, sich gegenseitig mit dem Wort der Wahrheit prägt, einander im Gebet zum Thron der Gnade hinträgt. Wo Beziehungen so tief und fest sind, dass man einander erlaubt, hinter die Kulissen zu schauen, ohne ineinander in die Pfanne zu hauen. Wenn man Missstände unter vier Augen anspricht und eben nicht in der großen Runde anspricht. Mein Lieben, wenn diese Beziehungen zerbrechen, dann sind wir Zeugen der Trennung geworden. Und so sollen wir diejenigen Skopeo beachten, die Keile in unsere Beziehungen treiben wollen, auch in unserer Gemeinde. Wenn es Leute gibt, die so etwas tun, dann dürfen wir nicht einfach unsere Augen verschließen vor denjenigen, die dieses Unwesen treiben. Aber laut Text sollen wir nicht nur diejenigen beachten, die Trennung, sondern auch Ärgernis hervorrufen. Und das Wort Ärgernis, bedeutet im griechischen Skandalon, bedeutet ursprünglich oder weist ursprünglich auf den beweglichen Teil einer Falle hin. Der Teil, auf dem man den Köder platziert. Und wenn jetzt jemand diesen Skandalon berührt, dann schnappt die Falle zu und das Tier ist tot. Und wenn die Bibel dieses Wort verwendet, bezieht sich Skandalon auf jede Person oder Sache, durch die man in ein Irrtum oder in eine Sünde hineingezogen wird. Das ist Skandalon. Das ist Ärgernis. Das ist Verführung. Und die Welt ist voller Skandalon. Skandale könnten wir sagen, aber auch Skandalon. Wir laufen gewissermaßen jeden Tag auf einem Minenfeld voller dieser Ärgernisse. Und überall will uns die Welt Genuss versprechen. Man will uns glauben machen, das musst du unbedingt haben. Das musst du dir unbedingt ansehen oder antun. Das ist super interessant. Das ist super erfüllend. Das musst du unbedingt genießen. Ansonsten verpasst du etwas Großartiges. Das wird uns von vielen Leinwänden und von vielen Menschen suggeriert. Aber zutreffend sagte jemand mal über diese verlockenden Verführungen oder Anstöße. Sie versprechen viel, halten wenig und rauben dir am Ende alles. Sie wollen, diese Verführer wollen am Ende nichts Geringeres als das Schlimmste. Sie wollen die vier Fs deines Lebens zerstören. Dein Fokus, dein Feuer, deine Freude und dein Frieden. Sie wollen deinen Fokus verschieben. Die Erhabenheit und die Schönheit Gottes in der Gestalt Jesu Christi. Die ewige Heimat beim Vater, wo alles Leiter ein Ende hat und wo endlose Freude jeden Morgen neu erwacht. Diese lebensverändernde Bedeutung des Evangeliums. All das hat der Feind zum Ziel, dass das aus unserem Fokus rückt. Und wenn sie das schaffen, dann löscht das auch das Feuer der Leidenschaft in uns aus, sodass es dir zunehmend schwerfällt, dich für Gott und sein Reich zu begeistern. Jeder Schritt wird schwer und dann zur Last. Und wenn sie es dann geschafft haben, dein Feuer und dein Fokus zu rauben, dann geht auch die Freude. Und dann wird der Glaube für dich ein zähes Bündel, eine freudlose Pflicht oder ein kraftloser Krampf. Und zu allem Überfluss geht dann mit dem Fokus, dem Feuer und der Freude auch der Friede. Der Friede, die Heilsgewissheit, weil Christus am Kreuz für deine Schuld bezahlt hat. Diese Gewissheit, dieser Friede wird abgelöst von nagendem Zweifel. Und der Friede, weil Gott, dein Gott, der Gottkönig, jede Millisekunde und jeden Millimeter der Materie im Universum kontrolliert, all das verblasst und wird zu einer weit entfernten theologischen Randnotiz. Aber nichts mehr, was dein Leben hält. Und all das hat der Feind im Visier, das möchte er vernichten. Und zusammenfassend könnten wir sagen, der Feind möchte Christen von Christus trennen. Unsere sehr wichtigen und die wichtigste Beziehung stehen also beim Feind im Fadenkreuz. Und vor diesem Hintergrund, meine Lieben, dürfen wir, darf keiner von uns leichtfertig sein, vor solchen Menschen oder vor solchen Einflüssen. Und jetzt sagst du vielleicht, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Schwarzmalerei? Mach die jungen Pferde doch nicht scheu. Jetzt mal den Teufel doch nicht an die Wand. Meine Lieben, genau den müssen wir an die Wand malen. Denn mit ihm haben wir es zu tun, mit Satan höchstpersönlich. Wir dürfen nicht vergessen, Satan hat seinen Job im Garten Eden niemals an den Nagel gehängt. Er hatte damals angefangen, Menschen zu verführen und das macht er heute immer noch. Genauso, er ist genauso aktiv. Im ersten Petrusbrief lesen wir folgende Worte. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Mein Lieben, dieser Löwe ist immer noch unterwegs. Und er ist nicht allein. Er hat sein Personal gewissermaßen aufgestockt. Nun dirigiert er eine ganze Armee, die ihm dabei helfen, seinen Willen umzusetzen und die Heiligen zu vernichten. Aber er hat nicht nur seine Gefolgschaft vergrößert, nein, auch seine Mittel hat er verfeinert. Wir könnten sagen, er hat ein hochmodernes Waffenarsenal, um uns Fallen zu stellen, um uns zu Fall zu bringen, um diese vier Fs aus unserem Leben zu beseitigen. Denn früher mussten diese Schergen, also Satans Gehilfen, mussten an deine Haustür klopfen, sie mussten Beziehungen knüpfen, sie mussten dein Vertrauen gewinnen und irgendwann hast du sie dann ins Haus gelassen. Nicht wahr? Heute aber kommen sie spielerisch in dein Zimmer, dein Spielzimmer, dein Wohnzimmer und sogar dein Schlafzimmer. Wie? Durch einen Klick bei YouTube oder einen Wischer bei Instagram. Meine Lieben, Verführung lauert schon lange nicht mehr da draußen, sondern befindet sich ganz häufig in unseren Hosentaschen. Und ohne Wachsamkeit ist das alles eine tickende Zeitbombe. Deswegen müssen wir wachsam sein. Nicht nur am Montag, nicht nur am Freitag oder am Sonntag, sondern im Alltag. Bist du dir dessen bewusst? Lebst du mit dieser Wahnstufe, dass irgendetwas passieren kann? Dass du abgezogen werden kannst von deinem Fokus auf Christus, von deiner Freude, von all diesen Dingen? Nun, vielleicht bist du immer noch nicht ganz überzeugt, dann hör dir bitte Folgendes an. Meine Lieben, die Gefahr ist real, weil Paulus diesen fundamentalen Brief nicht beenden kann, ohne auch diese Warnung mit einfließen zu lassen. Der Römerbrief enthält auch diese Warnung. Die Gefahr ist dringend, weil Paulus die Grußworte unterbricht, um genau diesen Einschub zu machen. Die Gefahr ist aber auch ernst, weil Paulus sogar die reifen Christen in Rom warnen muss vor diesen Verführern. Wir dürfen nicht vergessen, er hatte die Römer ja immer wieder gelobt. Er hat gesagt, euer Glaube ist in der ganzen Welt bekannt geworden. Ihr seid, eure Gemeinde ist gespickt mit Glaubenshelden. Und trotzdem muss er auch diesen Menschen sagen, seid vorsichtig. Und wenn sie es brauchen, wie viel eher brauchen wir es dann? Und meine Lieben, diese Gefahr ist aber auch zeitlos. Denn Paulus ist kein besonders schreckhafter Zeitgenosse, der hinter jeder Ecke die Hamster husten hört. Nein, er steht in einer langen Tradition von liebevollen Warnern. Er steht in einem Chor mit Petrus und Johannes und Judas und Jakobus und auch mit Jesus Christus selbst. Und sie reden mit einer Stimme und sagen, seid vorsichtig. Solange es diese Welt gibt, solange wird es auch Verführung geben. So sicher wie das Amen in der Kirche sind auch die Angriffe auf die Kirche. Und jemand schrieb mal, der Fürst dieser Welt und die Herrscherin der Finsternis mit ihnen belagern, mit ihren zerstörerischen Ideen die Tore deines Herzens. Und so muss die Christenheit die Mauern besetzen und die Wachsamkeit erhöhen. Lebst du mit dieser Wachsamkeit? Lebst du in dem Bewusstsein der Gefahr? Meine Lieben, wir brauchen aber nicht nur Wachsamkeit, sondern auch Stimmen, die zur Wachsamkeit rufen. Gewisserweise Leute wie Paulus. Deswegen darf ich dich fragen, hast du deiner Frau schon mal gesagt, du, was du dir da anschaust, ist kein guter Einfluss auf dich? Lass dich warnen. Oder hast du schon mal zu deinen Kindern gesagt, dieser Junge oder dieses Mädchen, das ist kein guter Einfluss für dich? Oder hast du deinen Mann schon mal gesagt, du, wenn du deine Serie beendet hast, hast du da noch Luft und Lust, die Bibel zu lesen und zu beten? Mein Lieben, wir brauchen die Stimmen der Wachsamkeit. Und deswegen lass mich dich fragen, liebst du deine Familie genug, um sie zu warnen? Oder liebst du deine Gemütlichkeit ein bisschen mehr? Wir müssen wachsam sein. Das ist das Erste, was Paulus hier schreibt, was wir tun sollen. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen diese Leute beachten. Was sollen wir aber tun, wenn wir merken, dass etwas oder jemand meine... Also, aber was sollen wir denn tun, wenn wir diese Menschen bemerkt haben? Paulus wird sehr deutlich und sagt, meidet sie. Wir sollen solche Menschen meiden. Das ist das Gebot der Stunde. Zunächst einmal müssen wir eine Sache betonen, und zwar trennen, nicht verbrennen. Wisst ihr, in der Vergangenheit wurde hier viel, viel Irrsinn betrieben. Bist du nicht meiner Meinung, hast du die Wahl, entweder schließt du dich meiner Meinung an oder du verbrennst auf dem Scheiterhaufen. Das war die Option für viele und für lange Zeiträume. Und wir merken aus der Bibel, das ist nicht wahr. Das hat sich Gott so nicht vorgestellt. Merken wir, dass irgendjemand uns verführen möchte, dann sollen wir uns von ihm trennen und nicht verbrennen. Aber trotzdem trennen. Jesus sagte einmal, wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass du lahm und verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Händen und zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Mein Lieben, dieser Vers bedeutet nicht, dass wir uns selbst verstümmeln müssen, sondern dass wir uns radikal von schlechten Einflüssen trennen sollen. Du musst also nicht dein Auge ausreißen, vielleicht aber dein Internetkabel oder dein Netflix-Abo löschen. Denn das hat unglaublich viel Einfluss. Vielleicht sagst du, ja, aber wenn ich mir diese Dinge anschaue, dann verändert das doch nicht meine Überzeugung. Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich, vielleicht nicht. Aber deine Haltung wird sie verändern. Diese Dinge verändern unsere Haltung. Mike Leister, ein Seelsorger, sagte einmal, ich kann mir abends keinen Film ansehen, denn danach weiß ich ganz genau, dass ich keine Lust mehr habe, Gottes Wort zu lesen und zu beten. Und das ist genau das Phänomen. Das dürfen wir nicht zulassen. Oder du musst nicht deine Hand abschneiden, vielleicht aber deine Handyzeiten beschneiden. Wisst ihr, am Handy gibt es diese tolle Funktion, die wir vielleicht mal kennenlernen und einsetzen sollten. Und zwar kann man für jede App einstellen, wie viel Zeit ich darauf verbringen will. Und das kann man vielleicht, ich habe es noch nicht herausgefunden, Passwort schützen. Und dann schreibst du dir ein ewiges Passwort auf, das du für alle Zeiten vergisst. Und dann darfst du nur noch 20 Minuten, nein, wie auch immer, YouTube schauen. Wie auch immer du das machst, aber das ist eine Sache, wo wir uns etwas vornehmen können und sollten. Wo wir uns nicht einfach diesen wilden Einflüssen aussetzen sollten. Du musst auch nicht deinen Fuß abtrennen, vielleicht aber einige Bekanntschaften trennen, wo du merkst, dass sie dich stärker zum Bösen als zum Guten motivieren. Aber bitte mach eins nicht, gib dich nicht dem Nervenkitzel eines Grenzgängers hin, sondern ergreife die Flucht. Mein Lieben, wir sehen das bei Abraham. Abraham verließ seine götzendienerische Verwandtschaft. Josef lief der Frau davon, die ihn verführen wollte. Und so sollten auch wir von diesen Dingen davonrennen, wenn wir sie sehen. Wir sollten sie meiden. Und so, wenn wir das tun, wird wahr, was Paulus für sich und für alle anderen wünscht. Schaut mal in Vers 19, da schreibt er uns, was sein Wunsch ist. Auch für die Römer. Er schreibt, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Alle haben das gehört. Und darum freue ich mich auch. Es ist gut, wie ihr seid. Ja, wir Christen sollten weichherzig, gutmütig, aber eben nicht leichtsinnig sein, sondern wachsam. Und dann sind wir nicht nur gut in Gottes Augen, sondern dann bleiben wir auch gut. Und deswegen braucht es, meine lieben, Alarmstufe Rot. Und so kommen wir auch zu unserem zweiten Punkt der Predigt. Wie sollen wir Verführer erkennen? Ihr lieben, Paulus macht uns hier nicht nur irgendwie gewissermaßen Dampf. Nein, er macht uns auch nicht einfach nur Furcht. Er sagt uns auch, wie wir damit umgehen können. Er lässt uns nicht einfach im Regen stehen, nachdem er uns Angst gemacht hat. Nein, er wird praktisch und zeigt uns, wie wir Satan und seine Helfershelfer erkennen können. Und zu jedem der Punkte, die ich gleich nennen werde, könnten wir noch viele, viele andere Sachen hinzufügen oder sie uns noch genauer ansehen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen heute, denk mit und denk weiter. Schau dir diese Prinzipien danach auch alleine zu Hause an. Wie kann ich diese Verführer erkennen? Wo erkenne ich sie unter Umständen in meinem Leben? Und wo muss ich da radikale Wege gehen? Zunächst einmal möchte ich betonen, hier geht es nicht darum, was Menschen mal tun, sondern was Menschen andauernd tun. Das heißt, was sie kennzeichnet. Mit anderen Worten, wenn du eines von diesen Punkten, die wir uns gleich ansehen möchtest, bei einem Bruder erkennst in der Gemeinde, dann solltest du nicht sagen, oh, jetzt habe ich einen Grund, ihn zu meiden. Ich habe schon immer danach gesucht, jetzt habe ich einen. Das solltest du nicht machen, sondern erst dann, wenn es zu einer charakteristischen Eigenschaft wird. Und das erste, was wir sehen, das erste Prinzip, woran wir Verführer erkennen können, finden wir in Vers 17. Hier mal noch in Vers 17. Da heißt es, also gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken. Also das erste, was sie bringen, ist, sie bringen Trennung. Sie trennen gewissermaßen Christen von Christen. Sie wollen das Band der Liebe, das uns vereint, durchschneiden. Sie streuen deshalb Gerüchte. Sie unterstellen böse Absichten, sodass die Wurzel des Misstrauens sich ausbilden kann und sich dann festsitzen kann. Und hier ist ein sehr wichtiger Punkt. Anstatt zu helfen, Mitleid über die Sünden anderer zu empfinden, fördern sie dein Selbstmitleid. Sie sagen so Dinge wie, wie konnte er das bloß tun? Wehr dich, du kannst das jetzt nicht auf dich sitzen lassen. Und so stacheln sie dich an, dich zu beklagen und zurückzuschlagen, anstatt in Liebe zu ertragen. Meine Lieben, wenn wir das merken, wenn wir das sehen, dann haben wir Verführer erwischt. Und in der Regel merken wir das dann auch Folgendes bei den Menschen. Sie reden gerne über den Sünder, weil sie den Sünder bekämpfen und nicht die Sünde bekämpfen wollen. Mein Lieben, wenn wir so welche Menschen finden, in unserem Umfeld finden, wenn wir solche Einflüsse sehen, dann trenne dich von ihnen, bevor sie dich von den Geschwistern trennen. Das zweite Kennzeichen sehen wir in Vers 17. Oder immer noch in Vers 17, da heißt es nämlich, dass sie Ärgernisse bewirken. Sie bewirken Ärgernisse. Das heißt, sie stellen uns verlockende Fallen, damit wir gegen Gott sündigen. Und so trennen sie nicht nur Christen von Christen, sondern auch Christen von Christus. Wie? Indem sie zum Beispiel Sünde verharmlosen. Sie sagen so etwas wie, sei doch nicht so genau, sei doch nicht so verbohrt. Was ist denn schon an der oder jenen Serie so verkehrt? Sie ist super, du verpasst einiges, wenn du sie dir nicht anschaust. Du bist ja immer viel zu genau mit deiner Steuererklärung. Du kannst doch nur verlieren, wenn du das machst. Du hast so viele Versicherungsbeiträge gezahlt. Beschönige doch ein wenig und dann kannst du sehr, sehr viel Bargeld einsparen. So und anders versuchen sie uns die Sünde schmackhaft zu machen, den Weg der Wahrheit aber madig zu machen. Aber im Grunde wollen sie, dass wir den vergänglichen Staub dieser Welt bestaunen, aber unsere Hoffnung und unseren ganz großen Lohn Christus vergessen. Und wenn du das siehst, dann hast du Verführer erkannt. Dankeschön. Das passiert, wenn man sich nicht warm singt oder nicht genug warm singt. Also wenn wir so welche Menschen erkennen, die uns Sünde in irgendeiner Form schmackhaft machen wollen, dann sollten wir uns von ihnen trennen. Das dritte Kennzeichen, immer noch Vers 17, da heißt es, sie stehen im Widerspruch zur Lehre, die ihr gelernt habt. Die Lehre, von der hier die Rede ist, ist das Alte Testament und die Lehre der Apostel. Heute finden wir das in der Bibel. Und wir erkennen diese Verführer, weil sie im Widerspruch zur Bibel leben. Und sie bringen Menschen zu Fall entgegen der Schrift, aber manchmal mit der Schrift. Das heißt, sie gebrauchen das Licht der Welt, um andere hinters Licht zu führen. Das haben sie von ihrem Meister und Herrn Satan selbst gelernt. Auch er versuchte Jesus im Widerspruch zur Schrift, aber eben mit der Schrift. Tatsächlich gebrauchte er sogar nur Bibelferse, um Jesus zu Fall zu bringen. Und seine Helfershelfer kennen seine Tricks und machen genau dasselbe. Einige von ihnen sind Großmeister der Bibel und können so mit Bibelfersen jonglieren, dass dir schwindelig wird. Dabei heben sie nicht die Bedeutung des Textes aus dem Text, sondern legen ihre Vorlieben in den Text. Sie reißen Aussagen aus dem Kontext, um irgendetwas zu betonen, was der Text eigentlich nicht sagen will. Sie folgen nicht dem logischen Aufbau des Buches. Kurz, sie beugen sich nicht vor dem Text, sondern beugen den Text in ihre Meinung hinein. Und deswegen, lass dich nicht beeindrucken von Menschen, die viel Bibelwissen haben. Lass dich davon nicht beeindrucken. Es gibt so viele von ihnen. Lass dich nicht von einem Bibelwissen, sondern lass dich von einem Bibelwissen beeindrucken, dessen Hände Christus dienen, dessen Füße Christus folgen, dessen Mund Christus bekennt und dessen Herz Christus liebt. Von diesem Bibelwissen darfst du dich beeindrucken lassen, aber von keinem anderen. Und deswegen hüte dich auch vor Internetpredigern. Mein Lieben, es gibt so viele Internetprediger, die bringen Gutes und noch mehr, die bringen Schlechtes. Christus hat uns nämlich daran erinnert, dass wir sie an den Früchten erkennen werden. Das Problem im Internet ist, aus der Ferne geht das schlecht. Deswegen hüte dich davor. Aber der wirklich wirksamste Schutz gegen diese Irrlehrer, die die Schrift so gut kennen, ist, die Schrift zu kennen. Du musst die Wahrheit kennen, um die Lüge zu erkennen. Deswegen musst du gedanklich, tief im Wort Gottes verwurzelt sein. Das gibt deinem Leben Lebenssaft und Widerstandskraft. Mein Lieben, ich liebe die niedersächsische Hymne. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Heino singt die. Da heißt es, fest wie unsere Eichen halten alle Zeit wir Stand. Wenn Stürme brausen übers deutsche Vaterland, wir sind die Niedersachsen. Sturmfest und erdverwachsen. Ja, die Niedersachsen sind vielleicht erdverwachsen, aber wir als Christen sollten Bibelverwachsen sein. Bist du das? Ist die Schrift deine zweite Haut? Über John Bunyan hieß es, wenn du den irgendwo anpiekst, dann kommt dann nicht nur Blut, sondern auch Bibel raus. So sollte es auch bei uns sein. Wir sollten voll sein mit der Bibel. Das ist der wirksamste Schutz gegen Verführer. Wenn du das kannst, wenn du das beherrschst, wenn du die Bibel richtig gut kennst, dann wirst du Irrlehrern von zehn Meilen ausriechen gegen den Wind. Aber wenn du die Bibel nicht kennst, werden sie dir auf der Nase herumtanzen und du wirst es nicht merken. Und diese Schriftvertrautheit, mein Lieber, meine Liebe, braucht deine Gemeinde, brauchen deine Kinder, brauchen deine Frau, die brauchst auch du. Deswegen steck deine Nase in die Schrift und lerne und lerne. Suche Situationen, in denen du lernen kannst. Beschneide deine Internetzeiten, damit du die Schrift aufschlagen kannst. Es gibt so viele Probleme unter Christen, weil sie ihre Schrift nicht kennen. Meine Lieben, kommen wir zum nächsten Punkt. Den finden wir jetzt endlich in Vers 18. Da heißt es, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Diese Verführer dienen nicht Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und das ist kein Hinweis für außerordentliche Schlemmer, die gerne mal über die Stränge schlagen, sondern ist es ein Hinweis auf blanken Egoismus. Wenn ich meinem Bauch diene, dann diene ich mir selber. Und das Wort dienen beschreibt hier eigentlich eine Sklaven-Herrn-Beziehung. Es steht hier im Aktiv und beschreibt eine ungezwungene, freiwillige und gleichzeitig andauernde Haltung. Wisst ihr, was uns dieser Text sagt? Diese Menschen, die uns Freiheit und Vergnügen anpreisen, sind selber Sklaven ihrer Gier. Und auch hier könnten wir uns tausend Ausprägungen dieser selbstzentrierten Menschen ansehen. Aber auch hier gilt, Wahrheit kennen schützt davor, uns zu verrennen. Das heißt, wenn wir christliche Selbstlosigkeit kennen, werden wir satanische Selbstverliebtheit schnell offenbaren. Dann wissen wir auch, wessen Gesellschaft wir suchen und wessen Gesellschaft wir meiden sollten. Und wisst ihr, wer ein Model christlicher Selbstlosigkeit ist, wie kaum ein anderer, Paulus selbst. Er war ein Leiter nach Gottes Herzen, ein Leiter, den man bedenkenlos folgen kann. Er war jemand, der völlig selbstlos anderen Menschen diente. In 1. Thessalonicher lesen wir Vers 2, Kapitel 2, Vers 7. Wir waren liebevoll in eurer Mitte. Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, so haben wir uns um euch gekümmert, schreibt Paulus. Und das auch unter Lebensgefahr. In Thessalonich, das lesen wir in der Apostelgeschichte, wurden sie verfolgt. Später bei den Korinthern verzichtete er auf seinen Lohn. Er verzichtete auch auf seine Vorlieben, sogar auf seine eigene Kultur verzichtete Paulus, um anderen Menschen zu dienen. In 1. Korinther 9, Vers 19 lesen wir, Denn obgleich ich frei bin von allem, habe ich mich doch allem zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Meine Lieben, das ist Paulus. Er hat alles aufgegeben, um anderen Menschen zu dienen. Und so können wir festhalten, Verführer sind Sklaven ihres Egos. Paulus aber, das lesen wir hier, macht sich zum Sklaven aller anderen Menschen. Das zeigt einen guten Leiter aus. Und an anderer Stelle schreibt er, Andere Gemeinden habe ich beraubt, um euch zu dienen. Aber wisst ihr, wen Paulus am meisten beraubt hat? Sich selbst. Während Verführer die Herde Gottes ausnehmen, um sich selbst zu bereichern, nehmen Diener Gottes sich selbst aus, um die Gemeinde zu bereichern. Sie berauben sich ihrer eigenen Zeit, sie berauben sich ihres Geldes, sie berauben sich ihrer Karriere. Warum? Um der Gemeinde zu dienen. Gute Leiter freuen sich, wenn zusammen mit Johannes dem Täufer, wenn Christus groß wird und sie selber in den Hintergrund treten können. Aber ihr Lehrer mögen es im Vordergrund zu stehen. Und an dieser Stelle lasst mich Werbung machen oder euch meine Mitältesten empfehlen. Sie investieren enorm viel, aber ich habe sie noch nie ein Penny fordern hören. Aber wenn du das bei Leitern erkennst, dass sie irgendwie selbst fixiert sind, dann lass dich nicht von ihnen leiten. Dann wende dich von ihnen ab. Und so kommen wir zum letzten Hinweis. Den finden wir in Vers 18. Da heißt es und durch wohlklingende Rede und schöne Worte verführen sie die Herzen der Erglosen. Meine Lieben, diese Verführer sind durchaus hervorragende Redner. Man hört ihnen gerne zu. Sie erklären schöne Dinge schön und einfach. Churchill sagte einmal, ein guter Redner erschöpft ein Thema, aber nicht seine Zuhörer. Und genau darin sind sie Großmeister. Bei ihnen vergeht die Zeit wie im Flug und man fühlt sich unterhalten und mitgenommen. Und in dem allen sind sie auch noch sehr überzeugend und logisch. Denn wohlklingende Rede, das Wort, das hier markiert ist, kann auch mit logischer Rede übersetzt werden oder überzeugender Rede. Und Steve Lawson sagt an dieser Stelle, diese Menschen sind wirklich überzeugend. Sie können einen Eskimo Eiswürfel verkaufen oder einen Beduinen in der Wüste Sand für seine Sandkästen. So überzeugend sind sie. Deswegen, meine Lieben, beurteilt gute Prediger nicht einfach danach, ob sie euch abholen, ob sie euch mitnehmen, ob sie etwas mit eurer Gefühlswelt machen, denn das können auch Verführer. Und Verführer reden nicht nur schön, sie reden nicht nur überredend gut, sondern sie so heißt es hier, sondern sie reden auch Schönes. Wir könnten sagen, sie reden nicht nur schön, sondern auch schöne Dinge. Und Vers 18 heißt es, dass sie mit schönen Worten verführen. Schöne Worte können wir auch mit schmeicheln oder positiv reden, Honig ums Maul schmieren übersetzen. Das heißt, Verführer sagen dir, wie toll du bist und wie viel Potenzial in dir steckt, aber sie legen den Finger selten in die Wunde. Und so suchen sie mit ihrer Rede deine Zustimmung und deine Anerkennung, nicht aber dein Wohlergehen, vor allem nicht dein geistliches Wohlergehen. Ihnen ist es egal, wie es am Ende mit dir aussieht, solange du ihnen zustimmst. Und Paulus warnt dich vor diesen Menschen. Und er wiederholt gewisserweise ein altes Sprichwort, das wir in Sprüche finden. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Paulus sagt, die Verführer können schön reden und sie reden schöne Dinge über dich. Aber wenn sie nur schöne Dinge über dich reden, dann finde sie nicht länger schön, sondern wende dich von ihnen ab. Und so können wir Verführer erkennen. Sie bringen Trennung, sie bringen Ärgernis, sie sind entgegen der Bibel, sie dienen sich selber und dabei sind sie noch ausgesprochene schön Redner. Bitte beachte dieses Prinzip und gehe ihnen nicht auf den Leim. Nun stellt sich in unserem letzten Punkt noch die letzte Frage, wie sollen wir über sie denken? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du all das hörst, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere so ein bisschen Furcht empfindet, was ist da alles draußen los, vielleicht sollte ich mich verstecken, in der Kirche einschließen, hinter den Kirchenmauern verbarrikadieren, ist das die Lösung? Nein. Ja, die Gefahr ist real und ja, die Verführer können der Gemeinde großen Schaden zufügen und in der Vergangenheit waren sie auch teilweise sehr erfolgreich. Aber, und das ist, wie wir über sie denken sollen, sie werden am Ende nicht gewinnen. Denn auf unserer Seite steht der eine, der gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht niederreißen. Und er hat auch gesagt, dem Vater wird keines seiner Schafe aus den Händen gleiten. Das heißt, sowohl die Gemeinde als auch jeder einzelne Gläubige wird in Ewigkeit nicht verloren gehen und das dürfen wir nicht vergessen. Am Ende wird es nicht uns, sondern den Satan an den Kragen gehen. Schaut, was wir in Vers 20 lesen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzen den Satan unter euren Füßen zermalmen. Der Gott des Friedens, er wird Frieden bringen. Wie? Indem er Satan unter den Füßen der Gläubigen zermalmen wird. Was bedeutet das? Es ist nicht sofort ganz klar, es ist auch nicht so einfach. Wir müssen unter anderem die Frage klären, wer ist Satan? Dankeschön Peter. Ich bin durstig heute. Also wer ist Satan? Das mag vielleicht erstmal sehr eindeutig sein, natürlich ist Satan Satan, aber es kann sich auch auf die Irrlehrer beziehen. Auch Petrus wurde einmal Satan genannt. Wir erinnern uns an die Stelle, als er seine Pläne über die Pläne Jesus stellen wollte. Und was bedeutet es dann, dass Satan bald unter euren Füßen, das heißt unter den Füßen der Römer zertreten wird? Nun, ich glaube, Paulus drückt sich hier so vage sich so vage so vage zu sagen. Er sagt, Satans Vernichtung durch den Samen der Frau wurde schon in 1. Mose 3 angekündigt, er gebraucht diese Sprache. Ich glaube, er sagt auch, diese Vernichtung wurde am Kreuz errungen und sie wird Realität für euch in eurer Zeit und sie wird Realität für alle am Ende der Zeit. Ja, Satans Niederlage ist am Kreuz errungen und am Ende der Zeit wird er dann endgültig in den Feuersee geworfen werden. Aber auch in der Zwischenzeit besiegt Gott Satan immer wieder durch uns seine Gemeinde, indem er die Ehrlehrer besiegt. Meine Lieben, Christus wird sich immer wieder erheben und diese Ehrlehrer austreiben. Und wir könnten sagen, wenn sich am Ende dann auch der Staub aller Schlachten gelegt hat, dann bleibt Christus der Sieger und wir mit ihm. Und manchmal zerstört er diese Ehrlehrer, indem er sie uns erkennen lässt, sodass wir sie entfernen. Manchmal werden die Ehrlehrer krank, so wie die falsche Prophetin Jezebel in der Offenbarung. Manchmal aber schaltet Gott Verführer aus, indem er sie zu seinen Kindern macht. John John Street erzählte uns von einem beeindruckenden Vorfall. Er sagte, er hat von Frauen gesprochen, die in die Gemeinden kamen und dann kamen sie irgendwann zum Glauben und nach einer Zeit ging die dann zum Pastor und erzählten ihm folgende Geschichte. Du sollst wissen, ich war eine Hexe und ich bin in die Gemeinde gekommen, um dich zu verführen. Aber stattdessen hat Gott mich überführt und mich zum Kreuz geführt. Und so sollen wir wissen, Christus bleibt Sieger und er wird uns zum Sieg führen und er wird nicht zulassen, dass ihr Lehrer ihr Werk einfach ins Unendliche treiben können. Deswegen erwarte die Verführer, erkenne die Verführer, überschätze die Verführer nicht. Das ist der letzte Punkt für heute. Und damit möchte ich auch schließen und uns darin Gottes Segen wünschen. Amen. Lasst uns noch zum Gebet aufstehen.